Aus Ihrer Versammlung heraus wird vorwährend und flächendeckend gegen die Infektionsschutzverordnung des Senats von Berlin verstoßen. Die Einhaltung der Sicherheitsabstände von 1,50 Meter werden... Versucht mal bitte jetzt... Hallo, ich bin Herr Rohr vom Demokratischen Forum. Ich habe letztes Jahr mit unserer Bewegung keine einzige Demo aufgelöst bekommen. Und die Bürger haben auf uns bitte, bitte gehört. Wir haben hier eine Möglichkeit. Die Polizei zieht die Sache durch. Nein, haben sie bei uns letztes Jahr nicht gemacht. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Ganz klar, am 6.6. haben wir eingeführt. Wir halten uns da dran. Wir haben das Mummelschanz genannt. Ohne Abbruch. Mummelschanz ohne Abbruch. Was wollt ihr? Wir reden jetzt von denen. Hier, Sapperlätzchen und Abstand. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Deswegen, da rufe ich nicht Demokratie. Dabei, bei den Verordnungen sage ich Mummelschanz. Wollt ihr Mummelschanz, dann gehen wir auseinander. Ohne Abbruch. Wir haben hier keine anderen Möglichkeiten, dass das Undemokratische ist. Müsst ihr nicht uns und der Polizei zugrufen. Die meisten Polizisten wissen das selber. Und ich glaube schon, dass der eine oder andere früh vor dem Spiegel steht und sich sagt, wo muss ich heute wieder hin mit meinem Gesicht, um das Gesicht zu zeigen. Und wir wissen, dass es immer weniger Polizisten sind, die das machen. Wenn ihr genau hinguckt, es sind immer nur die gleichen Einsatzgruppen, die da sind. Weil die anderen nicht mehr kommen. Also, was wollt ihr? Mummelschanz ohne Abbruch? Abbruch! Die Polizei hier hinten, der hier gerade aufläuft. Der Raum hier hinten ist auch für uns frei. Dann zieht sich die Polizei zurück. Wir stellen die Boxen nach hinten. Ihr hört und seht uns aber vielleicht nicht. Sonst kriegen wir hier nichts gebacken. Bitte, bitte, bitte. Moment Chance oder Abbruch? Eure Entscheidung, demografisch. Was für ein Mist. Was soll Moment Chance heißt? Ja, vielen Dank für die nordkoreanische Abstand. Ja, nee, Quatsch. Was hat er gesagt? Moment Chance oder Abbruch? Moment Chance heißt das mehr. Macht den Nordkorea-Propelder. Nordkorea-Propelder. Einmal drehen, wunderbar. Kim Jong-un ist stolz auf uns. Und wir würden hier jetzt mal einen Polizeiparträter hochzukommen.